...Kottenfilm in Farbe. In New York ist der Teufel los. Mit dem berühmten roten Jaguar sind Jerry und sein Freund Phil Decker auf der Spur einer skrupellosen Verbrecherbande. Meine Freunde Cormick, Johnson und ich, wir haben Drohbriefe bekommen. Kidnapper bedrohen das Leben der Töchter amerikanischer Millionäre. FBI. Ich habe Sie erkannt, Mr. Cotton. Ihr Bild erscheint jetzt häufiger in der Zeitung. Jerry Cotton, Fall Nummer 5. Der Mörderclub von Brooklyn stellt den FBI in der Weltstadt New York vor überraschende Aufgaben. Oh, hoffentlich habe ich Sie nicht beschädigt. Ich packe das Geld ein und tue, was diese Halunken verlangen. In der Untergrundbahn von New York kommt es zu einem dramatischen Höhepunkt. In dieser Tasche sind eine Million Dollar. Fehlenbleiben! Pils! Pass auf! Tollkühne Männer riskieren ihr Leben, um Unschuldige zu retten. Ich komme gerade von Mr. High. Er hält es für besser, wenn du Miss Edna zum FBI bringst. Hm, keine schlechte Idee vom Boss. Gibt es überhaupt einen Schutz gegen die geheimnisvollen Erpresser? Hallo! Hallo! Die Bande ist gut organisiert. Achtung, Achtung! Cotton fährt jetzt mit Comicswagen los. Ein gnadenloser Kampf mit raffinierten Methoden. Eins muss man Ihnen lassen. Fantasie haben die Burschen. Gene, jetzt ist sie in Lebensgefahr. Für ihr Leben verlangt man eine Million. Der Mörder-Club von Brooklyn. Ein neuer Film der berühmten Serie nach einem Gene & Jerry Cotton-Roman. Gut, dass Sie kommen. Schon wieder will man eine Million von mir. Eine Million. Oder es wird Gene genauso ergehen wie Sally. Gehen Sie weg. Rühren Sie mich nicht an. Ich schreie. Die Wände sind so dick, Kleine, dass dich keiner hört. Nein! Die Polizei kommt immer zu spät. Es lässt sich leicht feststellen, ob Sally Chester durch eine Kugel aus dieser Kanone getötet wurde. Sie werden nie mehr etwas feststellen können. Jerry Cotton zeigt der Unterwelt die Zähne. Bewaffneter Überfall in Ju Breiten. Drei Fluchtwagen. Ausfallstraßen absperren. Ende. Das große Kesseltreiben beginnt. FBI jagt den Chef der Mörderbande. Vielleicht will man sie ausschalten für einen Fall, der noch kommt. FBI-Mann Nummer 1, Jerry Cotton, besteht sein gefährlichstes Abenteuer. Ein Super-Krimi in Farbe. Ein ganz neues Jerry-Cotten-Gefühl. Der Mörder-Club von Brooklyn hat wieder zugeschlagen. Ein Film, der Sie in atemloser Spannung hält. Gehen Sie ruhig mal hin. Und viel Spaß. Für hundertprozentiges Vergnügen garantiert. Jerry Cotton. Er kommt demnächst in Ihr Theater. Come hier mit in Schaltung. Nie rien weiß. Er kommt demnächst in ihr aber. Untertitelung des ZDF, 2020